Moin YouTube und herzlich willkommen zum neuen Video vom Lackstore. Heute wollen wir euch zeigen, wie ihr eure Lackierpistolen richtig einstellt. Vor ein paar Jahren haben wir zum Thema Lackierpistolen einstellen sogar schon mal ein Video gemacht. Das war aber etwas kurz und nicht ganz so ausführlich. Deswegen haben wir jetzt für euch nochmal einen richtigen Guide. Und ganz ehrlich, egal ob Spraydose oder Lackierpistole, meiner Meinung nach schwingt die niemand besser als der Lacker. Und deswegen kriegt ihr die Tipps auch direkt von ihm. Aus unseren Kundengesprächen entnehmen wir häufiger, dass es durchaus Unklarheiten gibt, wie eine Lackierpistole einzustellen ist. Das werden wir in diesem Video mal klarstellen. Und wir beginnen mit dem Unboxing von dieser GH827. So, wir haben hier die Gebrauchsanweisung. Wir haben hier ein bisschen Werkelzeug. Das ist ganz gut bei den Modellen hier. Den Fließbecher. Und die eigentliche Pistole. Das Modell kommt schon so vormontiert. Es muss im Prinzip nur noch der Fließbecher aufgeschraubt werden. Und hier unten entweder der Druckluftanschluss oder, was wir sehr empfehlen, ein Manometer zum Einstellen des korrekten Spritzdrucks. Und wenn wir von Spritzdruck reden, dann reden wir immer vom Pistolen-Eingangsdruck. Der Druck, der unmittelbar hier unten an der Pistole anliegt. Nicht der Druck am Kompressor. Im Druckluftschlauch sind Druckverluste. So wäre sie bis auf den Anschlussnüppel betriebsfertig. Was kann man jetzt hier einstellen? Wir haben im Prinzip drei Einstellmöglichkeiten. Wir haben hier unten die Schraube, mit der man den Luftdurchfluss, also den Spritzdruck, einstellt. Wir haben hier die Schraube, mit der man den Rund- oder Breitstrahl einstellt. Durch Drehen dieser Schraube wird der Luftzufluss auf diese beiden Hörner gesteuert. Wenn man den voll aufdreht, kriegen diese beiden Hörner Vollluft. Das heißt, der Spritzkegel selber wird oval. Wenn man den zudreht, ist die Luftzufuhr hier abgeschnitten. Der Spritzkegel ist rund. Und wir haben hier die Möglichkeit, den Nadelweg einzustellen. Wenn man diese Schraube ganz zudreht, hat die Nadel nur einen sehr kleinen Weg. Wenn man diese Schraube ganz aufdreht, hat die Nadel einen deutlich größeren Weg. So, diese drei Einstellmöglichkeiten sind an jeder Pistole vorhanden. Einige Hersteller haben die etwas anders positioniert, die Schrauben. Das zeigen wir euch jetzt. Wir beginnen mit den Einstellungen. Der Spritzdruck, die Lufteinstellschraube. Bei diesem Modell ist diese Schraube unten am Griff. System Iwata ist identisch. System Sata ist anders. Da ist diese Schraube hinten auf dem Luftkörper. Einstellung Grundbreitstrahl. Das ist bei diesem Modell die Schraube auf der Pistolenseite. System Iwata ist abweichend. Da ist die Schraube hier hinten. System Sata ist identisch. Da ist es auch diese Schraube auf der Pistolenseite. Was bei allen drei Pistolen tatsächlich gleich ist, ist die Nadelwegbegrenzung. Die ist bei unserer Pistole hier. Iwata hier. Und Sata hier. Noch ein Wort zum Druckluftmanometer. Wenn man das an der Pistole montiert hat, ist es ungemein wichtig, dass man die Lufteinstellschraube an der Pistole voll aufdreht. Nur so bekommt man eine Aussage über den Spritzdruck, der hier jetzt gerade durchgeht. Die muss voll geöffnet sein, sonst funktioniert das nicht. Der Druck wird nur noch hier über dieses Anstellrad geregelt. Wir haben die Pistole jetzt aus der Verpackung genommen, zusammengebaut, einmal grundgereinigt. Das wäre sehr, sehr wichtig. Jede neue Pistole wird vor dem Zusammenbau einmal gereinigt. Wir haben den Druckregler angebaut. Wir haben die Lufteinstellschraube voll auf. Und jetzt liegt hier der Leitungsdruck an von etwa 12 Bar. Das ist zum Spritzen viel zu viel. Wenn wir jetzt abziehen und damit den Luftkanal öffnen, fällt der Druck auf 1 Bar zurück. Ich regele den hoch, bis wir etwa 2 Bar haben. 2 Bar ist so ein Richtwert, mit dem man erstmal arbeiten kann. Alles andere ist dann situationsbedingt. Wenn ich jetzt den Abzug ziehe, passiert hier erstmal nichts. Pistoleingangsdruck 2 Bar. Bevor ich jetzt anfange zu lackieren, kontrolliere ich die korrekte Einstellung aller Schrauben an dieser Pistole. Bevor jetzt fröhlich auf dem Auto gearbeitet wird, wird erstmal ein Probeschuss gemacht. Das kann man erstmal so in die Luft machen. Man kann anhand des entstehenden Spritzkegels schon sehr viel über die Einstellung der Pistole sagen. Ich ziehe jetzt einmal ab. Ich habe einen ganz geringen Nadelweg. Das ist viel zu wenig. Und ich habe einen sehr schmalen Spritzkegel. So wird das mit dem Autolackieren nichts. Also, ich vermute, Nadelwegbegrenzung ist zu. Ist sie auch. Diese Schraube ist beim Lackieren immer ganz auf. Die Materialmenge wird nur über den Abzugsbügel reguliert. Der ist schon deutlich weiter. Jetzt ist es richtig. Ihr seht, der Spritzkegel zieht sich direkt hinter den Düsen auf. Auf volle Stärke. So kann man lackieren. Wir haben jetzt die Pistole korrekt eingestellt. Der Pistoleingangsdruck ist dabei um ein halbes Bar gesunken. Das müssen wir nachregulieren. So, jetzt sind wir noch bei zwei Bar Pistolen Eingangsdruck. So können wir lackieren. Ihr seht, jede Stellschraube beeinflusst das Gesamtergebnis. Und alle Stellschrauben beeinflussen sich gegenseitig. Dies ist eine korrekt eingestellte Pistole. So soll ein Spritzkegel aussehen, wenn die Breitstrahlregelung voll auf ist. So sieht der Spritzkegel aus, wenn die Breitstrahlregelung voll geschlossen ist. Ihr seht, hier hat sich schon ein Läufer gebildet. Da kommt deutlich mehr Material raus. Wir empfehlen jedes Mal vor dem Lackieren so eine Probe zu sprühen, damit ihr wisst, ob eure Pistole richtig funktioniert. Sollte euer Spritzkegel so aussehen, dann ist eine von beiden Rörnern vorne auf der Pistolenkopf ist zu. Und eine bläst sozusagen übermäßig rein, dass halt eben das so verbogen wird. Im Extremfall sieht euer Spritzkegel so aus. Dann sind die kleinen Düsen, die kleinen Bohrungen rund um die Farbdüse zu. Dann kommt zu wenig Material und der Luftstrom wird sozusagen von diesen beiden Hörnern hier in der Mitte zusammengedrückt. Ihr habt hier was, ihr habt hier was, in der Mitte nichts. In jedem dieser Fälle muss die Pistole auseinandergenommen und komplett durchgereinigt werden. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann ist es wahrscheinlich gut. Grundeinstellung 2,0 Bar Die Einstellung 2,0 Bar Pistolen-Eingangsdruck ist nur ein Grundwert. Diese Einstellung ist für ein normales Autoteil, also Kotflügel, Tür oder kompletter Stoßfänger und eine normale Pistole geeignet. Eine kleine Spot-Reparatur, zum Beispiel die Ecke vom Stoßfänger, wird mit deutlich weniger Druck ausgeführt. Hier gibt es keine Richtwerte, der korrekte Spritzdruck ist immer abhängig von der jeweiligen Situation, der Auswahl der Pistole und der Größe der Fläche. Mit dem eingestellten Druck von 2,0 Bar werden die ersten beiden Gängel-Basis-Lack lackiert. Für den abschließenden Nebelgang wird der Spritzdruck reduziert und der Abstand zum Bauteil beim Lackieren vergrößert. Die eingestellten 1,3 Bar sind auch nur als Richtwert zu betrachten. Der korrekte Spritzdruck beim Nebelgang ist abhängig von der Größe der Fläche, der Auswahl der Pistole und dem Farbton. Da der Nebelgang entsprechend für die Passgenauigkeit des Farbton bei Metallic- und Perleffektfarben ist, empfehlen wir dringend vor der Lackierung ein Musterblech anzufertigen. Und das war's für heute. Wenn ihr euch was abgucken konntet, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonnieren und die Glocke drücken nicht vergessen, um kein Video mehr zu verpassen. Von uns aus heißt es wie immer good luck und bis zum nächsten Mal.